Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Weivel an Tag 44, 11 Uhr morgens. Eigentlich hatten wir ja vor, dass wir uns jetzt mit unserer schönen vielen Munition hier auf den Weg machen und das Hauptbanditenlager angreifen, aber ein paar Kleinigkeiten sind noch zu erledigen. Theoretisch habe ich schon überlegt, ob wir jetzt hier endlich mal das Fundament fertig machen und dann halt die Basic Wooden da bauen, also dieses Plateau bauen, damit wir da endlich unser Carport haben und gleichzeitig schon mal den Grundstein für eine, ja, mauerähnliche Konstruktion hätten. Aber, das würde jetzt sehr lange dauern, ich versuche das mal zwischen der jetzigen und der nächsten Folge mal offscreen zu machen. Allerdings hat mir, Moment, wer war's denn? Der liebe Biber, oder die liebe Biber war das, glaube ich, geschrieben, dass man hier eine Deckenlampe haben kann und, ja, klar, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wie kann man sich theoretisch hier oben irgendwo anbringen? Da würde ich doch glatt sogar diesen Balken hier nehmen. Moment, L für Licht. Wo ich jetzt aber schon mal sagen kann, dass das hier, glaube ich, nicht geplant ist. Oder, sag mal, kann man hier... Ist das vielleicht schon ein Platzhalter dafür, dass man hier später noch eine Klappe haben kann, so eine Falltür? Ja, das wäre irgendwie cool. Hm, wer weiß, wer weiß. Gut, ähm, das Ding würde ich jetzt mal bauen. Dann können wir nämlich das hier auch abreißen. Wo habe ich den Hammer? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. So, zack. Ey, ich habe eins gedrückt. Oh, das war F1. Keine Ahnung, was F1 verursacht hat. Wie? Keine Elektro-Parts kriegt man da raus? Ist ja... Boah! Kannst du wieder droppen? So. Mach mal die Funzel jetzt wieder aus hier. Die kosten eine Flasche, zwei Components und Electronic Part. Split one. So. Dann haben wir hier drin auch wieder schön unsere Beleuchtung. Nur 10 Minuten? Okay. So. Das muss ich mir jetzt, glaube ich, hier aufs Inventar legen. Moment, warte mal. So. 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 Kann ich es doch bestimmt irgendwo... Ach, das geht sogar! Ach, was? Du ahnst es nicht. Kannst aber nicht drehen. Ist natürlich ein bisschen schade. Guck mal. Hier würde es doch gehen. Jetzt deckt es halt leider... Ein bisschen ungünstig. Weil ich glaube, in der Mitte des Raums macht es einfach mehr Sinn, ne? Aber... Hier wäre... Wo ist denn jetzt... Es ging doch gerade noch! Ah! Hier. Hier. Machen wir jetzt einfach hier ran. Fertig ist. Turn on. Nur nochmal einen Test. Turn on. Ja, herrlich! Ist doch wunderbar! Ist doch schön hell! Strahlt ja auch wieder schön hier durch. Herrlich. Gut. Hier da oben sind theoretisch auch wieder an. Aber wir haben den hellsten Sonnenschein. Können wir wieder ausmachen. Wie voll ist es denn eigentlich noch? Ah ja, randvoll. Da war ja was. Gut. So viel dazu. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Fleisch übrig. Ähm... Der liebe Joey hat mir noch geschrieben. War das Joey? Ja. Joey war es. Dass ich in der Stadt noch meinen Hocker liegen gelassen habe. Und im letzten Haus noch eine Holzkiste im Regal übersehen habe. Da fahren wir heute aber nicht hin. Ich habe es jetzt wohl schon mal erwähnt. Ich lasse den Zettel hier auch liegen. Ähm... Merkt mir das fürs nächste Mal, wenn wir in die Stadt fahren. Und jetzt heißt es aber natürlich, dass wir einen neuen Hocker brauchen. Und wenn wir uns schon mal einen neuen Hocker machen, dachte ich mir auch, können wir auch hier oben... Wenn man hier hochkommt. Bäh! Och, mich... Das... Mann! Das wir uns hier oben noch unsere schöne Frühstücksecke einrichten können. Hier bei Schlechtwetter die Frühstücksecke. Und das machen wir jetzt einfach auch erstmal. Nehmen wir gleich die bequemen. Oh, ich muss mal gucken, wie viele Wrecks wir noch haben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, das war knapp. Ja, Robin, wenn du rennst, dann fällst du schneller runter, ne? Okay, Wrecks sieht schon mal gut aus. Was brauchten wir noch für die Dinger? Entschuldigung. Bretter und Nägel. Bretter und Nägel müssten wir jetzt so haufenweise herstellen können. Mh... Wollen wir vier Stück davon machen? Ja, wa? Wollen wir hier acht, sechzehn, sechzehn? Wollen wir acht? Sechzehn? Nägel müssen wir, glaube ich, erstmal herstellen, ne? Ja. Aber ich glaube, das war jetzt immer nur... ...ein so ein Dingensbumens hier. Für sechzehn Nägel. Von daher ist das ja... ...ein ziemlich humaner Preis. Wollen wir mal Klappe zu, Affe tot. Joa, guck mal hier. Ehrlich. Zack. Und zack. Dann wieder hier hoch. Ja, meine hässliche Wendeltreppe ist jetzt weg. Dementsprechend komme ich hier später wieder hoch. Aber, seien wir mal ganz ehrlich, die andere Form der Wendeltreppe dauert dann doch etwas länger. Habe ich schon überlegt, mit Tischen zu arbeiten. Das ist ja die... Moment. Ne, das ist ja die, die ich vorher hatte. Verdammt. Menno. Achso, Mensch, der Hocker. Hm. Okay. Wir machen mal so hier. Äh. Ich denke, hier einer. Hammer bräuchte man natürlich auch noch. Wäre sehr praktisch, habe ich mir sagen lassen. Jetzt setzen wir aber erstmal die Baustellen. Wenn wir schon mal hier oben sind. So. Selbe Spielchen noch hier drüben. Dass wir uns das hier endlich mal ein bisschen schöner einrichten können. Denn bevor der Scott hier herkommt, und der uns die Quests gibt, möchte ich natürlich auch einen positiven Eindruck auf ihn machen. Auch wenn ich mal ganz stark annehme, dass er genauso rot wie Stulle ist. Rot wie Stulle. Also genauso dumm wie Stulle ist. So rum. Obwohl, wartet mal. Eigentlich ist es ja angenehmer. Denke ich. Obwohl, man kann sie ja nochmal umstellen, weil wir da. Zack. Wo war noch schnell ein Hammer? Bauen wir uns die auch noch fertig. Dann werde ich, wie gesagt, mal zwischen dieser Folge und der nächsten Folge mal hier so viel Erde wie möglich reinfüllen. Nägel und Bretter bereiten wir heute schon mal ordentlich was vor. Bin ich schon mal überlegen. Ja komm, machen wir. Mal auf. Zack. Zack. Ich glaube, das war immer das, was maximal reingepasst hatte, ne? Dass man halt vier Durchläufe hier auf einmal haben kann. Mal Tür auf. Tür auf. Und ich könnte doch wetten, dass sie jetzt trotzdem von der anderen Seite kommen möchte. Die müssen wir rausnehmen, sonst wird das hier nichts mit dem Experiment. So, es waren immer vier, möchte ich meinen. Ne, hier 64, die in ein Slot gepasst haben, ne? Genau. So. Craft. Dann noch mal. So. Craft. Rachel. Das sind dann schon mal zwei Slots. Und jetzt geht grad nicht mehr rein. Ich muss noch mal gucken, wie viel haben die denn gekostet, diese Dinger. Oh, sie ist reingekommen. Sie hat's geschafft. Wow. Sind 15. Hm. Brauchen aber noch einige davon. Oder? Ja, es wird noch ein bisschen teuer. Machen wir noch mal so einen Durchlauf. Nochmal acht von. Da nochmal acht von. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Die Rachel. Und ich glaube, jetzt ist voll, ne? Oder darf ich jetzt noch einen weiteren Slot belegen hier? Ja, darf ich nicht. Okay. Dann machen wir das nochmal raus. Kann ich denn das... Äh. Hallo? Geht nicht. Nein! Okay. Backgefunden. Die kann sich abbrechen. Mist. Na gut. Machen wir mal so. Muss ich mal bloß merken. Dass sie dann halt nochmal eine Tour machen muss. So. 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 Guck mal so an. Nein! Was machst du hier drin? Was? Survival! Guck mal, ist das noch ein Hammer, würde ich sagen. Dann brauchen wir die Geschichte da oben noch fertig. Haben wir hier oben... ...Oben... ...Platz. Ja, haben wir. Man muss das Inventar ja nicht so zumüllen. Was sagen Hunger und Durst? Das sieht auch noch okay aus. Huch da! Los! Zack! Dann bau ich hier mal durch. Ich auch nochmal. Naja. Es geht ein bisschen schief, aber... ...Kann man sich ja hinstellen, wie man möchte. Wie man es braucht. Ich bin wirklich zu blöd zum Zählen. Aber sowas von? Ne, wartet mal. Ach ja doch. Mach! Ich hab mit 4 und nicht mit 6 gezählt. Ja gut, zum Glück macht sie gerade ein paar Nägel für uns. Ähm... Wir brauchen noch mal Bretter. Und... Hat sie denn schon ein paar Nägelse? Ja, hat schon ein paar Nägelse. Warte mal, jetzt können wir ja gleich schon den nächsten Slot wieder vollgeben. Hier, Rachel. Viel Spaß. Hat der jetzt nochmal die volle Bauzeit hier drin? 27 Minuten, wartet mal. Ne, okay. Dachte schon. So, hab ich euch denn auch... Ja, ihr seid da. Ton ist auch da, das ist auch sehr gut. Die Kamera ist auch da, auch wenn sie von einem Zuschauer nicht gerne gesehen wird. Name wird jetzt nicht erwähnt. Was hier zu Komplikationen kommt. Tut mir leid an der Stelle dafür, aber die Mehrheit hat damals gesagt, mit ist besser. Von daher bleibt es auch drin. Du bist soweit dabei. Okay, dann können wir schon mal die nächsten Baustellen setzen. Allihopp. Und eigentlich könnten wir hier schon mal Bretter und Nägelse reingeben. Da haben wir gerade zu wenig davon. Und wenn gerade die Käthe sowieso da ist, passt mal auf. Zack, 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 zack. So. Nee, 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 Käthe. Jetzt brauchst du auch nicht abhauen. So. Dem Realismus geschuldet machen wir jetzt das Ding hier an. Oh. Stimmt ja. So, eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Käthe. Viel Spaß beim Sägen. Leider sind es immer nur sechs, die dabei rauskommen. So. So. Habe ich jetzt ausrechnen Nägel bei? Sehr schön. Klippen wir die hier auch mal im Grundgerüst durch. Obwohl ich gerade gar nicht weiß, ob ich da schon Erde hingelegt habe. In den leeren Säcken. Also, die dann wiederum voll sein müssten. Trinkst du mal ordentlich einen Schluck. Dann kannst du gleich noch ein Stück Fleisch hinterher essen. Hä? Ach, ich habe einen zu viel mitgenommen. Verdammt. Na gut. Passiert. So. Aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Habe es ja auch schon gesagt. Dass wir das hier mal, dieses Gebäude hier schon mal so vollständig wie möglich machen. Bevor wir uns den Scott holen. Denn danach ist ja eigentlich das Baumhaus dran. Und für das Baumhaus brauchen wir wieder viel Holz. Und der Scott ist halt der Holzfäller. Dementsprechend fände ich das jetzt schon nicht verkehrt, wenn wir den dann outsourcen sozusagen. Hinten beim weißen Haus. Da kann er dann wieder rumprühren, wie er möchte. Mit seinem Dingsbums hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit seiner Axt. So rum. So. Da muss ich noch mal gucken. Wenn wir hier lang laufen, haben wir hier vorne ein Problem. Hier geht's. Wollen wir schon mal eine Testfahrt hier drauf machen? Ich speichere mal eben. Stimmt ja, die Lampen sind ja auch automatisch an dadurch. Na gut. Passt schon so. So, während ich da hochlaufe, schnapp ich mir noch mal kurz mein Tässchen. Es wird mich übrigens nicht wundern, wenn ich hier unvermal lang runterfahre. Und just in dem Moment dann so ein Baum nachspawn. Direkt vor mir. Würde mich überhaupt nicht wundern. So, gespeichert hat er. Ups, da war ein bisschen was im Weg. Ah, ich hab's befürchtet. Wir müssen hier noch weiter was reinzummern. Ja, ich lauf gleich rum. Mal aus. So, lauf mal rum. Ah, die Tische waren's gerade, die hier im Weg waren. Hm. Ungünstig. Sehr ungünstig. Ups. Okay. Das war ein neuer Beruf. Stellen wir sie doch hier drüben hin. Da hat zwar da drüben irgendwie schöner aus, fand ich, aber wenn das nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Müssen wir hier nochmal umstellen. Müssen wir später sowieso nochmal, wenn wir das Carport haben. In der Hoffnung, dass sie uns da nicht runterfallen. Wäre sonst sehr ärgerlich. Aber das speichere ich dann selbstverfreilich vorher wieder. So. Wenn ich, dass ich hier irgendwann mal in der Eile runterheize. Mit dem Auto. Dann an so einem Tisch hängen bleibe und dann erstmal einen Überschlag mache und dann Wasser lande. So. Heißt jetzt aber, wir brauchen hier vorne doch auf jeden Fall noch so ne Dinger dran. Ich hatte das ja schon mal, bevor ich neu laden musste, wegen dieser einen Missgeschicklichkeit, die da passiert ist. Hatte ich die ja hier vorne eigentlich schon mal gebaut, möchte ich mich erinnern. So. Bretter und Nägel müssen wir auch nochmal nachladen gerade. Haben wir doch die Stelle. Dann wozu haben wir das ganze Zeug? Ist sie schon fertig? Zum einen ja, zum anderen ist sie weg. Okay. Ein bisschen creepy. Gucken, ob sie hier noch irgendwo in der Nähe ist gerade. Hm. Oh, sehr schön. Dem nächsten Stapel ist sie auch gleich fertig. Wollen wir gleich noch einen geben oder? Obwohl, vielleicht reicht das erstmal. Gucken wir erstmal. Interessant, dass das jetzt hier mit Minus rechnet. So, wir haben ja auch noch ein paar Bretter. Einzelne können wir erstmal hier reinlegen. Dann können wir mal jetzt hier endlich das ganze Gedönse zerlegt. Man, heute ist irgendwie schon wieder schlimm bei mir. Bist du jetzt mal fertig? Ne, eins fehlt noch. Dann komm, da warten wir noch kurz. Kriegen wir nochmal ein Stückchen dabei. Ja, wei. Fein. Ähm. Fein. Käthe? Ist es bequem? Ja. Ich jetzt auch immer so da. Wer kennt's nicht? Also. Ich glaube, die Rachel hat vergessen, dass die Satelliten für die Smartphones nicht mehr funktionieren. Und nebenbei hat sie noch ganz zufälligerweise ihr Smartphone selbst vergessen. So. Und ich muss hier nochmal kurz was umswitchen. Da ist die Käthe wieder. Die uns jetzt immer noch nicht in Auftrag gibt. Die schon fertig? Okay. Ist ja gut. Hab nichts gesagt. So, dann wandert ihr jetzt bitte beide wieder hier rüber. Zack. So. Können wir jetzt hier zumachen. Klappe zu, Affe tot. Wie spät ist es denn? Ich wollte ja eigentlich noch was essen, habe ich gesagt. Habe ich schon. Okay. Gucke ich aber nochmal nach den Säcken hier. Kann man von außen sehen, ob die befüllt sind? Leider nicht, ne? Hier sind sie auch nicht. Na gut. Mache ich dann, wie gesagt, zwischen den Folgen. Lassen wir uns das Ding mal ordentlich vollhauen. Bevor es jetzt aber gleich dunkel wird. Wir kennen ja auch unsere Damenschaften. Nein! Ach komm schon. Warum? Was war denn da jetzt im Weg? Gar nichts. Mann. Da hatten wir ja schon gesagt, das zählt dann nicht als Crash. Ja komm, ich laufe trotzdem rum. Bevor ich jetzt hier Schulden aufbaue. Umlaufschulden. So. Wenn ich also unsere Damen jetzt aus Auto schieße, das wäre nämlich sehr schädlich. Dann baue ich hier mal durch, dass das Gericht schon mal steht. Dann werde ich, wie gesagt, nochmal ordentlich Erde schaufeln. Bin ja schon fast versucht, dass ich noch mehr Solsex mache, aber ist dann die Frage, ob das so wirklich Sinn ergibt, ne? So. Gut. Machen wir die Küste aus. Versuchen mal schlafen zu gehen. Schauen wir uns nochmal ordentlich was zu essen und zu trinken vorher. Wie sieht es hier drin aus? Alles ordentlich? Hier ja. Hier auch. Gut. Kiste zu. Achso, trinken kann man natürlich hier. Hast du hier noch was drin? Ne, habe ich schon umgefüllt. Sehr vorbildlich. Sehr vorbildlich. Bei mir ist heute übrigens, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, der 23.2., das heißt, nachher seht ihr schon diese Folge. Und ich nehme jetzt auch wieder für die ganze Woche auf, denn ich habe noch ein kleines Überraschungsprojekt vor. Nicht zu Mystery Bible, sondern ein anderes Spiel. Der eine oder andere hat schon ein bisschen mitbekommen. Aber ich habe da jetzt schon eine Erlaubnis bekommen und diverse Zulassungen in Anführungsstrichen bekommen, sozusagen. Und da werde ich mich die Woche drum dann kümmern müssen. Gibt noch ein, zwei technische Probleme, um die ich mich noch kümmern muss, aber das kriegen wir dann schon hin. Wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn ich jetzt schon die 500 Abonnenten gehabt hätte, wo ich mir die selber gesetzte Grenze gesetzt habe. Ihr wisst, was ich meine bezüglich des Livestreams. Da wäre es dann noch praktischer gewesen, das Projekt in die Livestreams reinzupacken. So, wir haben wieder Besuch bekommen. Hatte ich ihn da vorher drin? Achso, ja klar. Jetzt habe ich gerade überlegt, was ich vorher hier unten drin hatte, aber ich habe da noch so eine Lampe gesetzt. Äh... Machst du mal diesen hier? So. Ähm, Escape. Danke. Gucken wir mal, ob wir da noch wirklich Besuch bekommen haben. Oder ob das nur Fake News war. Es ruckelt auf jeden Fall. Aber, niemand zu sehen. Außer die Rachel, die wieder vor der Hütte schläft. Oh, soll so drauf hin. So. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein Symbol über der Hütte war. Aber das war ja nur das Auto. Ach, komm schon. Jetzt sind sie da. Ich glaube, das mit den Stöhnen hier ist doch noch ein bisschen unpraktisch. Ich kann es sich jetzt nicht bewegen, weil... Jetzt geht's. Dann machen die Türgriffe als Füße. Sieht so aus, wa? So, dann kann man hier mehr oder weniger nebeneinander sitzen am Tisch. So. Ja, wo seid ihr denn? Einer hat schon mal eingesperrt. Und die zwei sind wieder da unten am... Im Cage-Fight. Moin! Hallo! Guten Tag! Die Stirn, mein Schlaf. Haben sie denn bei sich? Oh, sehr gut. Na? Wollen wir mit dem vernünftig ran? Ich glaube nicht, Tim. Oh, Mann. Jetzt. Jetzt stöhne. Äh. Ernsthaft? Okay. Noch Salz. Wie gut, dass wir endlich wieder Salz haben. Rex, mir deinen Fuß hin, King? Ja. Bin aber nicht so einer. Rex ist immer gut. Rex, brauchen wir noch einige. Hallo? So. Können wir gleich mal aufräumen hier. Cool wäre es jetzt natürlich noch gewesen, finde ich zumindest, wenn man das so eingerichtet hätte, dass die dann vor wirklich dollem Licht abhauen. Und wenn man sich schon so eine Strahler machen kann, dann halt nicht nur dafür, dass man selber auch was sieht in den Dunkeln, klar. Sondern wäre noch schön gewesen, wenn die dann vor diesem Licht so ein bisschen Angst gehabt hätten. Ungefähr so wie bei der Fackel selber. Dass die halt gedacht hätten, in ihrer... in ihrem primitiven Dasein sozusagen, ich behaupte... Ich sehe jetzt mal, dass sie primitiv sind. Ja, ähm... Ja, ähm... Das war natürlich ganz unpraktisch. Moin! So, weißt du was? Lauf so voll. Wird gleich laut. Wird... 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 So strunzt doof, die ist so strunzt doof. So ist Käthe! Da ist Käthe! Sehr schön. Genau, macht man den nächsten fertig. Schießt dabei schön auf den Boden. Schümmel noch ein Käffchen dabei. Aber sie schaffen's. Immerhin. Die Top ballern bei Unmengen an Munition, dafür dass sie nur eine Kugel haben jeweils. Aber sie schaffen's. Ähm... Mädels, wir haben hier an der Tür noch einen. Werden sie ihn finden? Werden sie ihn nicht finden? Demnächst in ihrem Kino. Da sind zwei sogar am Strand. Ah, die Mädels kommen langsam zurück. Jetzt teilen sie sich noch ihre Opfer hier sozusagen. Und die brauchen wir mehr. Es ist nur extrem laut. Kann's nicht ändern. Schon tausendmal an den Audio-Einstellungen rumgefummelt da, aber irgendwie ändert sich... Ähm... Der Sound der Zombies nicht. Der von Berserker und die Schüsse nicht. Jo. Viel Spaß beim Bahn gehen. Könnt ein bisschen nass sein. Weil Schießpulver und so. Obwohl, ich glaube, diese Patronen, die haben wir kein Problem mit. Ah, da kommt der Nächste. Die liebe MW hat noch geschrieben, ich könnte mir hier mit dem Mais, was man sich hier anpflanzen kann, noch Popcorn machen. Schön wär's. Dann würde ich mir jetzt wirklich jetzt hier ein bisschen Popcorn schnappen, mich hier hinsetzen und los geht's. Aber wisst ihr was? Ab wo hinsetzen? Ist jetzt Ruhe im Karton oder nicht? Schön wär's. Läuft's ja wieder wie so ein Pinguin. Weiß ich, ich hab den Generator noch an. Aber ich nehme mal stark an, da kommt gleich die nächste Truppe. Selbstverfreilich. So laut, wie das gerade war. Aua, was hier oben? Dein Ernst. Alter. Aua, aua, aua. Was? Wie? Wo? Ich kam nicht mehr vorm Fleck. Kann ich jetzt alles von vorne noch machen? Ich wünsche mir ein Auto safe, man. Ah. Ah, ich bin gespannt, ob mit dem nächsten Update noch endlich verschiedene Speicherslots kommen. Das hatte Rati ja schon vor dem jetzigen Update angekündigt, dass er daran arbeitet. So, dass man sich verschiedene Speicherslots anlegen könnte und halt auch die Autosaves dann hoffentlich mit einführen könnte. Das wäre schon sehr, sehr praktisch. Jo, ab der Aktion, wo wir hier versucht haben, drauf zu parken. Okay. Gut, also haben wir nicht ganz so viel Zeit verloren. Das ist ja schon mal schön. Okay, also ich muss jetzt aufgrund sowas theoretisch vor jeder Bauaktion, vor jeder Umräumeaktion und vor jeder Nacht und vor jedem Nebel speichern. Das ist natürlich wieder ganz praktisch. Oh, eigentlich solltest du noch weiter sehen, liebe Käthe, aber ich habe gerade gesehen, dass du einfach wieder ins andere Haus gegangen bist. Schawupp. Oh. Hä? Sitz dich ein bisschen schlecht in der Luft, wa? Vor allem mit zerrissener Hose. Ähm. Ähm. Käthe? Habe ich die Segelmühle falsch rumgestellt? Kann das sein? Kann ich jetzt nicht machen, weil sie gerade dran sitzt. Okay. Bisschen creepy. So, schnappen wir uns hier noch die Nägel raus. So. Mach mal die ganze Geschichte nochmal. Na ja, los hier. Geh raus. Bleib draußen. Stell es Ding gleich nochmal um. So, für alle, die jetzt noch nicht mitbekommen haben, was genau ist da jetzt eigentlich passiert? Was hat der wieder angestellt? Direkt neben mir, auf dem Dach, war ein Zombie. Deswegen bin ich natürlich erstmal aus Reflex runtergesprungen, aber hier unten, also irgendwo hier bin ich glaube ich gelandet. Hier waren dann gleich mehrere Zombies, die mich einfach mal zerlegt haben, ohne dass ich weiterrennen konnte. Sonst wäre ich ins Wasser gerannt. So. Und das auch schon mal durch. Jetzt bricht die Nacht wieder ran. Der Tag ist schon wieder rum. Ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Aber ihr Lieben, ich mache es jetzt so, ich verbringe jetzt die Nacht ohne euch hier. Werde schon mal ganz viel Erde schaufeln. Hinten nochmal ein bisschen Pettig bauen. Und wenn es dann geschafft ist, hole ich euch wieder hinzu und dann gibt es die morgige Folge schon. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch morgen wieder rein. Ciao. 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 Vielen Dank.